so jetzt gehen wir noch mal in unser menü rein ich mache noch mal hier ein switch und klicken wir auf den zweiten slot ich zeige es sofort noch mal switche ich noch mal um also wir haben drei f1 bis f3 liegen halt die waffenslots also hier unten sieht man dass man nicht sieht ich öffne das inventar wir haben also drei waffen slots hier so einmal diese diese und hier die können wir dann einfach mal leer machen ich habe das in der mittleren hand die hauptwaffe sage ich jetzt mal so gut wir haben dazu gekriegt ihren skill retrainer der ist auch aus dem multiplayer geklaut also wie gesagt ist ein modpack hier und er macht dann ein bisschen mehr fehl dann haben wir hier noch ja wir haben hier unten wie gesagt auf null liegen unser rückruf portal und dieses ist praktisch so in beide richtungen also das heißt wenn ich aus der instanz raus in die station will und nachher wieder zurück an die stelle also irgendwas verkaufen will oder sachen nach kaufen oder naja dann benutzen wir dieses so das legen wir uns jetzt mal hier auf die neuen und dann machen wir hier soweit alles die dinge brauchen wir gleich auch noch erkläre ich aber später so jetzt sagt er uns die ganze zeit ich soll l drücken ja da sind unsere quests die werden auch nicht automatisch verfolgt leider ja ist es in der nächsten version praktisch von hell geht london passiert aber wie gesagt dazu mehr gut hier haben wir die quest jetzt hier unten feind mumu also ich soll den typen suchen und das machen wir jetzt auch erstmal unsere drohne die haben wir vorhin das gilt die holen wir jetzt mal raus so da ist die drohne und jetzt können wir hier tab drücken sagt er uns und der haut uns hier alle möglichen infos rein die wir nicht brauchen so mit einer maustaste habe ich jetzt die möglichkeit beide waffen zu bedienen und wir knallen hier alles weg was uns im weg kommt also hier zombies monster spilette was also wie gesagt ist ein hack and sleigh ja relativ linear aufgebaut und ja macht aber trotzdem viels ich hoffe dass mit dem sound passt soweit also der spricht jetzt kommen mit uns ich krieg das jetzt einfach mal weiter ja erzählt auf mich gut ist ja schon mal eine nette sache das auf uns zählt und wir werden ihn nach möglichkeit nicht enttäuschen so level 2 sind also aufgestiegen bei jedem level aufstieg also bei jedem level ab kriege ich natürlich was dazu heißt wir switchen mal wieder rein also ich habe noch einen punkt dazu bekommen jetzt haben wir hier tactical stands das ist so der scharfschützen modus moment da ist irgendjemand der was von mir will den ballern wir erstmal über den haufen ist so scharfschützen modus in die knie gehen und bla 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 brauchen wir nicht diese bots bringen gar nichts ja also die werde ich jetzt nicht testen mit euch gemeinsam bla 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 die bringen einfach nichts ja im vergleich zu dem was wir noch skillen könnten und das hier hinter auch nicht ja und von daher machen wir es jetzt mal so ähm wir legen hier noch einen punkt rein ja so dass unsere drohne ja noch ein bisschen mehr power kriegt und ja die werden wir brauchen also die drohne kann man sowohl als tank einsetzen also die dann so ein bisschen vor einem da ja im tankt und ansonsten aber auch als angriffs drohne zusammen basteln ja also da hat man zwei möglichkeiten kann also richtig damage verteilen die kann aber auch immens viele hit points haben und ja eine hohe lebensdauer eben und die mobs also die drohne zieht praktisch den aggro von den mobs und ja dadurch tankt die für einen man steht immer so ein bisschen dahinter ist ganz angenehm also so werde ich das auch machen so sagen wir mal ein gutes mix aus beiden sachen ein bisschen angriff ist schon wichtig ja ihr seht schon ja wir haben jetzt hier mängel press take item na da werden wir mal ne da ist noch einer da ist noch einer werden wir es mal abballern so und jetzt so take items das ready to get out of hell the night needs you to reach covent hit em world map genau ähm wir haben hier die map also wir sind jetzt gerade hier im russell square und diese umrandeten also gestrichelt umrandeten stations die müssen wir noch ja das ist so die reihenfolge die wir hier haben ja ansonsten ja gut jetzt erklärt er uns halt hier die ganze zeit irgendwie wild irgendwelche sachen die wir wissen müssen ja das hört dann nachher auch irgendwann auf und da kann man selber alles wissen ich lese die sachen weder vor noch interessiert es mich jetzt ja gut ja wie man sieht drittes level erreicht ähm ähm items haben wir jetzt nicht so viele bekommen ja wir haben also die aufgabe jetzt hier ist noch einer irgendwo Moment nein guck mal nö hier ist noch ein bisschen geld also das palladium hier ähm das ist die währung und ja da werden wir noch einiges von brauchen und äh bekommen so ja ähm ich denke wir sind ja soweit schon mal ganz gut äh vorangekommen ich drücke nochmal hier hin schmeiß nochmal einen Punkt in unsere Drohne ja weil das soll so sein wir haben im Inventar genau haben wir eine Hose allerdings in Rot ja für den Guardian ah genau fällt mir gerade ein der Blademaster wir haben den Guardian gar nicht äh durchgeswitcht tut mir jetzt leid ja gut also es gibt auch noch einen Guard also so einen typischen Tank den kann man auch auswählen ja also falls ich ja war jetzt nicht böse gemeint gut die gehört nicht uns die können wir zerstören also und hier haben wir so eine Schraube und dann wird die dismantled also zerstört ja und wir kriegen dafür hier so ein bisschen Palladium und ja gehen wir in die erste Station die Holborn Station kann man hier sehen Greetings Miegel und bla 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 so wir können auch ein bisschen düsen hier damit wir hier nicht ganz so lahm unterwegs sind jo und dann der Herr Murmur von vorhin ja der ist vorgeflitzt ähm ja okay also die lilanen Ausrufezeichen äh Main Quest also Haupt Quest und die anderen gelben genau so wie hier Side Quest also Neben Quest so nehmen wir auch an ähm den Käse nehmen wir mal an und wir nehmen mal hier diese an ja ihm müssen wir sein Holzbein übrigens holen ja wird gleich noch werden wir noch gut gebrauchen können im weiteren Verlauf des Spiels ne also er hat irgendwie eine Prothese und bla 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 hat sein Holzbein verloren oder steht jetzt mit diesem Holzbein hier und braucht seine Prothese wieder ne so ist es so hier der Typ ähm ich geh mal hier ein bisschen so vernünftig der Herr Nemo der hat auch was für uns und zwar ne Quest und von dem kriegen wir nachher auch ein relativ cooles Item so äh Terminal ja im Moment noch keine Station drin ansonsten befindet sich so ein Terminal äh in jeder Station und man kann von einer zu anderen hüpfen dann ne also man braucht nicht immer durch die Instanzen jetzt haben wir hier die ja die Eingänge also diese Portale und da hinten auch in gelb also das zeigt immer an ja Quests ne also ganz einfach hier ist noch verboten da kommen wir also nicht rein ne äh 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 und jetzt gehen wir erstmal hier zu unserem Händler also wir haben hier noch eine Tante die ja so ja man sieht es vielleicht einen Moment ich scroll mal ran ne also die hat hier so ein rotes Kreuz Köfferchen die Frau Abigail ne und da kann man also ja die braucht man eigentlich nicht die Nanoschmiede ähm können wir auch direkt mal kurz und zwar ich kann hier ein Item upgraden also ich kann hier jetzt eine Waffe zum Beispiel reinlegen ja und sagen pass auf die die soll besser werden ja und dann habe ich hier so verschiedene äh Materialien die ich brauche äh um das zu machen ja die habe ich natürlich nicht alle rot jetzt die kriegen wir beim Zerlegen der Items so wie wir vorhin diese Hose zerlegt haben kriegen wir also später jetzt kein Geld mehr sondern ja so Materialien halt ja sehen wir dann gut also verkaufen können wir dem guten Mann jetzt nichts ähm kaufen wir haben also hier bei jedem Händler Waffen ne kann man hier sehen und wir haben Rüstung ja alle möglichen Sachen und verschiedene Artikel sag ich mal ne Items alles mögliche drin was wir brauchen sind diese Analysatoren und zwar ich kaufe die jetzt einfach ja also ich kaufe jetzt mal ein paar davon ich mach mal ich sag mal so 20 Stück kann man immer brauchen ja zeige ich euch gleich beim nächsten Item was wir finden wir haben also hier unseren Stash also unseren Schrank den Attribute Attributes Attributes Retrainer und den Skill Retrainer die lasse ich jetzt mal hier im Schrank die brauchen wir nämlich nicht und zwar Skills haben wir schon gesehen ähm die liegen hier auf äh der K-Taste und da haben wir die Skills und links sind die Attribute ja also die Attributes Punkte so wie ne hier Stärke und und ähm Ausdauer und Willpower also Willenskraft und so ja und hier ähm Akku bringt ähm ähm Krit also kritische Treffer ja ähm ähm der Rest ist jetzt noch nicht so interessant also man hat hier unten auch eine Anzeige für äh Critical Chance also für die Möglichkeit eines kritischen Treffers ähm ich hab das Spiel in Englisch halt ja deswegen muss ich immer so ein bisschen switchen falls jemand jetzt nicht so gut Englisch kann ich versuch mein Bestes ähm je höher der Anteil hier geht also die Prozent äh hier gehen also die Prozente hier gehen dann wird's hier angezeigt ja und dazu hat man diesen Damage dazu also den puren Schaden der transportiert wird bei einem kritischen Treffer den man landet ja so ja also ich sag direkt dazu an der Stelle ähm es gibt wirklich so Pros ja die kennen sich mit dem Spiel irre gut aus ähm ich bin sicher nicht einer von diesen Pros ja also seht's mir nach ähm Entschuldigung wenn ich jetzt das eine oder andere nicht weiß oder wenn ich das nicht lange und breit erkläre und dies und jenes ja also ich möchte jetzt einfach Spaß haben mit euch gemeinsam hier bei diesem Let's Play und ja mir geht's nicht so um diese Feinheiten sag ich mal ja wir wollen das spielen gemeinsam ja viele Viecher umklatschen und ja einfach damit die Leute also damit ihr mal einen Eindruck bekommt also jetzt die die das Spiel eben nicht kennen ähm was geht da ab weil es ist auch obwohl es von 2007 ist ein super Spiel äh der Multiplayer ist glaube ich für zwei Jahre gelaufen ungefähr dann wurden die Server eingestellt ja weil ja da gibt es noch eine Geschichte dazu der Mitentwickler oder Hauptentwickler Bill Roper oder Produzent sagt man Produzent sagt man nicht ähm ähm der Entwickler ja ähm ja da gibt es so verschiedene Geschichten die kann man auch nachlesen die erzähle ich jetzt hier nicht das Spiel wurde ähm ja auch in Korea zu der Zeit released 2007 und lief da weiter also einige Leute unter anderem auch ich wir haben in Korea weitergespielt als die Server down ging ja und in der Zeit haben auch die Leute hier diese Hellgate aus .net Menschen also dieses Hellgate Revival nannte sich das oder nennt sich das die haben auch zu der Zeit angefangen ja dieses Modpack zu entwickeln ja weil die waren alle ja traurig ganz traurig dass das Spiel down gegangen ist und ähm wollten es unbedingt weiter spielen und äh die haben dann dieses Modpack ähm entworfen und entwickelt und ja ähm ja danach ist was relativ besonderes mit dem Spiel passiert und zwar ein Re-Release ja also hat es auch denke ich noch nicht so oft gegeben in der Games Geschichte ähm das wurde dann vor zwei Jahren auch wieder released oder vor zweieinhalb Jahren keine Ahnung genau und kam als Hellgate Global wieder zurück als Multiplayer für Europa ja und ja da konnte man es bis jetzt zum 31. 2015 also 31. Dezember spielen und die haben dann die Server aber auch jetzt wieder abgedreht weil die Zeit ist dann vielleicht auch einfach mal vorbei ne aber nichts jetzt so trotz das Spiel ist einfach wunder wunderschön gemacht und ja macht irre viel Spaß ne also einfach mal Hack and Slay halt ne ja gut ähm so ein bisschen am Rande schon mal so drauf eingegangen auf die Geschichte von diesem Spiel ist wirklich interessant wenn man es mal also in Real Real Lilies ähm gibt es ja wie gesagt eher selten wir gehen jetzt mal hier rein Tottenham Court Road sind übrigens ja fast alles oder alles Original Stationen U-Bahn Stationen die es auch eben im Real Life in London zu erleben gibt und zu bereisen und zu gefahren gibt und blablabla ja und von daher finde ich auch eine ganz gute Sache wir können also die Items die hier so rumliegen können wir also alle mitnehmen ähm ja Items genau Drop ähm ist hier jetzt nicht so entscheidend weil ist ja ein Singleplayer da kriege ich sowieso als einzigen einen Drop aber im Multiplayer war es auch cool die haben also ähm keinen Scherz äh äh Drop gehabt die Leute sondern jeder hat seinen Single Drop sozusagen gehabt ähm man musste also nicht irgendwelche Instanzen hier machen immer wieder in der Fünfergruppe oder wie auch immer um bestimmte Items dann ähm dass jeder es kriegt oder so ja also jeder hat seinen eigenen Job der liegt da rum und den kann er einsammeln man muss sich also nicht äh mit den anderen kloppen das war eigentlich ein ja relativ gutes Gimmick das ist heute ja ganz normal ja also dass man so ein Spiel konzipiert weil die Kloppereien äh um die Items ist ja kann man kann man sich sparen ne hier liegen überall so Kisten rum und hier stehen äh so verschiedene ja hier Kisten auf dem Boden ne ähm die kann man alle zerschießen und wenn man Glück hat ja ist was drin also ist nicht die Welt ne so wir können ja mal guckt kurz äh switchen und zwar dann können wir hier uns die Jungs auch mal angucken ne Moment weil die sind nämlich auch cool gemacht ne also hier die diese Mumien Zombies ne ne die sind echt grafisch auch immer noch ganz cool umgesetzt ja also die Grafik allgemein ist natürlich oldschool ja also da brauchen wir nicht drüber reden aber man muss immer ein bisschen um umswitchen im Hirn ja also immer ein bisschen umdenken ja ist halt lange her ähm da waren einige noch in den Pampers unterwegs von den kleineren Zuschauern von den Jüngeren und ja kann man mit den Spielen die heute released werden nicht vergleichen ja also hell geht london ist da wirklich was für oldschool und oldschool menschen und ja so wie mich na ich bin ja fast 14 jetzt und ja so wir haben hier fat bully unser erster ja nebengegner sozusagen der eine kokelt so ein bisschen vor sich hin hier ähm und ich krieg irgendwie auch schaden ich werd mir mal ein medipack rein ziehen und ja gucken wir mal dass wir hier fat bully mal platt kriegen das wäre ganz gut weil der hat vielleicht auch ein bisschen was für uns mitgebracht so der ist schon mal down und jetzt machen wir den zweiten hier denn das der gelbe der ist halt für die quests also die Hauptquests jetzt zuständig ne also der ja schauen wir gleich ne wie gesagt die Geschichte mit dem Holzbein von dem kleinen Jungen da ähm mal schauen wir müssen den auf jeden Fall killen hier und ja vielleicht hat er ja die Prothese so gut großer Job ja mit viel Krams ja wir nehmen den Kram jetzt erstmal mit und dann klicken wir hier unser Fragezeichen da ist die Prothese die nehmen wir mit dann gehen wir noch hier vorne zu ihm fat bully und nehmen mal den Kram mit so oh